Aber es ist nicht nur das. Für tausende Zeitarbeiter ist es sogar noch schlimmer. Die werden jetzt von der Politik oder besser von Teilen der CDU doppelt gekniffen. Denn sie sollen um ihr Recht gebracht werden. Ihr Recht auf ordentlichen Lohnen. Das Hauptaugenmerk vieler Politiker liegt anscheinend nicht auf den Menschen, sondern auf den Unternehmen. Denen eben, die die Wirtschaftskraft schaffen. Wie diese Wirtschaftskraft aber geschaffen wird, ist anscheinend egal. Und wenn sich im Nachhinein etwas als Unrecht darstellt, egal. Dann ändert man eben einfach das Gesetz. So leicht geht das. Tamara Antoni und Jasmin Klofter mit einem wirklich starken Stück. Ralf Ide und Frank Schellenberg kämpfen um Lohn, der ihnen zusteht. Als Zeitarbeiter leisteten sie die gleiche Arbeit, bekamen aber weniger Geld als die festangestellten Kollegen. Wir fordern jetzt einfach nur unseren gerechten Anteil zurück, weil wir die Arbeit auch geleistet haben. Mehr und nicht weniger. Schellenberg hat acht Monate als Tiefdrucker gearbeitet. Sein Arbeitgeber eine Zeitarbeitsfirma. Von der will Schellenberg nun das Geld. Er will den gleichen Lohn wie festangestellte Tiefdrucker. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist ganz klar. Man geht nach Hause und weiß ganz genau, also, ne, die Jungs haben einfach mal ganz locker 500 Euro mehr in der Tasche. Die Zeitarbeitsfirma begründet die niedrigen Löhne mit einem Tarifvertrag, abgeschlossen mit einer Gewerkschaft. Doch der Titel Gewerkschaft ist nicht geschützt. Die christlichen Gewerkschaften etwa, hier ihre Zentrale in Berlin, sind wohl eher Briefkastengewerkschaften. Und sie unterschrieben dem Tarifvertrag mit den Billiglöhnen. Nun entschied das Bundesarbeitsgericht, diese Gewerkschaft ist gar keine echte Gewerkschaft. Alle abgeschlossenen Tarifverträge wurden damit nichtig. Mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war es real möglich, für einfache Leute ihre Forderungen geltend zu machen. Dank dieses Urteils können Ide und Schellenberg endlich den Rest ihres Lohnes einklagen. Und nicht nur die beiden. Circa 200.000 Zeitarbeiter haben nun Anspruch auf Geld. Doch nun versucht die Union, die Firmen vor den Ansprüchen zu schützen. Unionsabgeordnete setzen sich in einem internen Papier für die Zeitarbeitsunternehmen ein. Sie fordern eine Gesetzesinitiative zur Vermeidung unbilliger Härten. Das Ziel, die hohen Nachzahlungen sollen ausfallen. Es geht auf jeden Fall auch um bis zu mehrere Milliarden Euro Nachforderungen, die dort im Raum stehen, wo damit natürlich Arbeitsplätze gefährdet sind und auch die Zeitarbeitsbranche gefährdet ist. Das finde ich absolut eine Frechheit. Die Firmen haben sich jahrelang die Taschen vollgesteckt mit unseren billigen Arbeitskräften. Und jetzt sollen die eine Amnestie kriegen. Ich meine, das Bundesarbeitsgericht hat eben klar gesagt, dass das Urteil, dass diese christliche Gewerkschaft einfach nicht tariffähig ist und nicht auf diesen Markt gehört. Für Schellenberg und Ide geht es nicht nur um höheren Lohn, sondern auch um höhere Rentenansprüche. Natürlich müssten die Zeitarbeitsfirmen auch Arbeitgeberbeiträge nachzahlen für Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Schon bisher haben die Sozialkassen fast 20 Millionen Euro nachgefordert. Und das ist erst der Anfang. Ihr Vertreter sieht es schlicht als seine Pflicht, die Beiträge einzufordern. Wenn wir es nicht täten, dann könnte man uns den Vorwurf machen, zu Recht, wir würden Beiträge, die der versicherten Gemeinschaft und den Beitragszahlern zustehen, wir würden sie nicht ordnungsgemäß einziehen. Also die Aufgabe ist klar. Die CDU-Leute streiten ab, nur Lobbyinteressen der Zeitarbeit zu vertreten. Sie bringen ein scheinbar ganz ehrenwertes Argument vor. Es geht darum, dass der Vertrauensschutz in der Zeitarbeit hergestellt wird. Sprich, die Unternehmen haben sich darauf verlassen, dass ein existierender Tarifvertrag auch gilt und haben auf dieser Basis entsprechende Arbeitnehmer beschäftigt. Vertrauensschutz. Hätten die Firmen tatsächlich nichts ahnen können? Seit Jahren prangern Medien die Pseudo-Gewerkschaft an, die Billig-Gewerkschaft als Mogelpackung. Der unmoralische Wettlauf nach unten ist immer wieder Thema. Dass die christlichen Gewerkschaften langsam zum Liebling der Arbeitgeber werden, ist bei diesen Positionen nicht verwunderlich. Die Argumentation mit dem Vertrauensschutz macht in meinen Augen keinen Sinn. Wenn man mit einer Gewerkschaft zu tun hat, deren Tariffähigkeit angezweifelt wird, dann muss man entweder das Risiko eingehen oder man muss das Risiko zur Seite räumen und die Tariffähigkeit im förmlichen Verfahren klären lassen. Das hätte man 2003 oder 2004 unproblematisch machen können, dann hätte man gewusst, woran man ist. Wenn man das nicht tut, fährt man auf Risiko. Trotz solcher Bedenken wird der Vorstoß nun in der Bundesregierung beraten. Die Lobby der Zeitarbeitsfirmen lässt sich nicht beirren. Entspricht denn das Ihrem Gerechtigkeitsempfinden, dass jetzt diese Arbeitnehmer erstmal nichts bekommen sollen? Es geht hier nicht um subjektives Gerechtigkeitsempfinden, es geht hier um Recht und Ordnung und Vertrauensschutz in diesem Land. Recht haben wir auch und Ordnung wäre ja im Endeffekt, dass wir eben genauso vernünftig bezahlt werden wie alle anderen auch. Darum geht es doch letztendlich. Recht und Ordnung sind gewährleistet, wenn Gesetze eingehalten werden. Hier stand klipp und klar im Gesetz, wenn ein Tarifvertrag unwirksam ist, dann hat der Arbeitnehmer Anspruch darauf, dass er das bekommt, was ihm beim Entleiher zu bezahlen wäre. Und das wird jetzt realisiert. Das ist Recht und Gesetz. BBQ Gewicht Mediher Untertitelung des ZDF für funk, 2017